Die fünfte Periode des Periodensystems der Elemente beinhaltet alle chemischen Elemente, die genau fünf Elektronenschalen im Atom besitzen. Die innerste Elektronenschale ist voll besetzt und besitzt zwei Elektronen. Die zweite Elektronenschale mit acht Elektronen und die dritte Elektronenschale mit 18 Elektronen sind ebenfalls voll besetzt. Die vierte Elektronenschale besitzt mindestens acht Elektronen und kann maximal 18 Elektronen aufnehmen. Die äußerste Elektronenschale, auch Wallensschale genannt, kann zwischen einen und acht Elektronen aufnehmen. Somit befinden sich insgesamt 18 chemische Elemente in der fünften Periode. Auszug aus dem Periodensystem Magische Zahl Hauptartikel Das chemische Element 10 mit der Ordnungszahl 50 besitzt im Grundzustand des Atomkerns eine höhere Stabilität als benachbarte Nuklide. Diese besondere Ordnungszahl wird als magische Zahl bezeichnet. Anzahl der Elektronen in den Elektronenschalen Liste Das chemische Element 10 mit der Ordnungszahl 50 besitzt im Grundzustand des Atomkerns eine höhere Stabilität als benachbarte Nuklide. Das chemische Element 10 mit der Ordnungszahl 50 besitzt im Grundzustand des Atomkerns eine höhere Stabilität als benachbarte Nuklide.